Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Follow mit eurem GameBlamer. Und wie ihr seht, ich habe mir die Playstation VR 2 geholt und ja, wir werden jetzt nach und nach in jedem Video mal so ein paar Spiele durchtesten und jetzt spielen wir erstmal Zombieland Headshot Reloaded oder wie. Ja, was ich euch schon mal vorweg sagen kann, ist, dass die Playstation VR 2, also ich habe sie jetzt schon seit gestern und konnte gestern erstmal ein bisschen zocken und üben und alles mal so ein bisschen anspielen, um zu sehen, ob ich überhaupt klarkomme mit der Brille. Und es wird auch Direktvergleiche geben, wie zum Beispiel bei After the Fall. Viele von euch wissen, dass ich After the Fall total liebe und auf dem PC schon suchte. Also ich bin ja schon ein kleiner VR-Veteran seit der HTC Vive, seit der allerersten. Und deswegen behaupte ich mal, dass ich mich ein bisschen auskenne und viel mitgemacht habe von Motion Sickness hin zu richtig guten Erfahrungen. Und ich muss sagen, mit der Playstation VR habe ich bisher richtig gut Erfahrungen gemacht. Ich habe Gran Turismo 7 damit schon gespielt, ohne dass mir schlecht geworden ist. Ich konnte After the Fall, nicht After the Fall, ich konnte Pavlov gestern Abend spielen, ohne dass mir schlecht geworden ist, was bei HTC Vive und HTC Vive Pro nicht der Fall war. Erst ab HTC Vive Pro 2, wo ich dann endlich über, also auf stabile 90 Hertz oder stabile 120 Hertz gekommen bin, mit einer richtig guten Auflösung pro Auge, ist meine Motion Sickness weg gewesen. Und das erfüllt die Playstation VR 2 sofort. Also super geil. Einzige, was mich stört, ist erstmal hier, dass man extra einen Kopfhörer sich nochmal da dran machen muss. Ich meine, man kann jeden Kopfhörer, den man möchte, dran machen. Da sind auch Earplugs bei, aber da hätte ich mir lieber sowas gewünscht wie bei der Vive Pro 2 oder bei der Index, dass man hier an den Seiten so Laussprecher hat, die man direkt auf den Ohren hat. Aber man kann nicht alles haben. Und, naja, ich bin halt Valve Index Knuckles verwöhnt, also die Controller von der Valve Index, die sind einfach top. Da hätte ich mir das hier lieber auch gewünscht bei der Playstation, bei den Controllern, dass hier so ein, ja, was ist, um die Hände festzuzuggen an dem Controller, statt einfach nur so Kordel, damit man die festmacht, weil, ja, die sitzen, also ich finde die Walden Knuckles, die sitzen dadurch halt griffiger an den Händen und das ist was, was ich hier ein bisschen bemängeln würde. Aber egal. So, also wir sind hier in Zombieland, wir können hier unsere Waffen aufrüsten. Wie ich schon gesagt habe, ich habe gestern schon mal ein bisschen gespielt. Und, ja, wir brauchen Toilettenpapier, um unsere Waffen aufzurüsten. So, jetzt haben wir auch schon, ich hatte gestern nur die Shotgun und die Pistole. Aber jetzt können wir schon eine SMG auswählen, das ist gut. Und die Pistole habe ich schon komplett aufgerüstet, auf Max-Level. So. So, und eigentlich ist es hier nur, ne, man geht hier an den Tisch. Wunderschöner Billardtisch bei der jungen Dame. Bis jetzt habe ich nicht viel freigespielt, ich habe erst die erste Mission hier gespielt, dann kann man halt Best-Scores machen und man hat vier Missionen, die man erfüllen muss. Jetzt gehen wir mal an die zweite Mission. Oder, nee, komm, wir machen es von Anfang an, oder? Wir machen es von Anfang an, damit ihr alle Level seht. So, hier kann man nochmal, hier, das fehlt mir, 75 Toilettenpapier verdienen. Da kann man nochmal den Lowdown machen, dann wird man wieder darüber kommen und hier kann man den Level starten, man sieht hier die Bewertung, die man hat. Das ist mein Schritt zurück. Das würde ich erstmal nochmal eben gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Hier gehen wir nochmal das nachladen. Ach, wenn ich das Schleppenpapier abschließe. Aber extra, das wusste ich gestern nicht. Ah, jetzt ist Abwehr sofort fertig. Verdammt. Ja, wenn man doppelt. Oh, oh, oh. Wenn man doppelt Headshot macht, dann wird die Zeit verlangsamt. Dann kommt man in so ein, ach, wie hieß das nochmal? Das gab es seit Max Payne doch. Wie hieß es nochmal? Ich komme nicht drauf. Ja, wieder keine 75 geschafft. So, dann hat man hier eine Bestenliste, wo man im Moment so steht. Personal Rankings. Ja, ich sehe mich aber nicht. Wo stehe ich denn da? Friends. Ja, ich bin auf Platz 385. Auf Platz 385. Kann man mit leben. So, nächster Level. So, Visit Homer Run. Get the Robot. Unter 1 Minute 32 bleiben und ein Vierfach-Kombo. Wie gesagt, dieser Kombo, das ist halt, wenn man Doppelkopf, Doppels in den Kopf schießt, dann kommt ja so ein Zweifach-Kombo, dann kommt dieses, dass es langsamer wird. Und, ich muss jetzt mal hiebegucken. So, da ist doch beschränkt. Ne, solange ich sie nicht brauche. Das Laser-Bisier ist übrigens auch nicht Standard, dass man das an der Knarre hat. Killing Homers is a time penalty. Don't shoot them. Ah, they're almost cute. Is that your daddy? See? Killing zombie parents isn't that hard. Das ist mir egal. Ich erschieße die Homers trotzdem. Oh, gibt's jetzt End? Ey! Nimm doch die Klambe! Verdammt! Okay, das ist das erste Mal, da ich in dem Game gestorben bin, tatsächlich. Restart. Okay, also wir wissen jetzt, dass wir Homers nicht töten dürfen. Das haben wir gelernt. So, ich habe trotzdem... Also, weil gestern, ich meine... Ich habe wieder so viele Banner-Spiele gespielt, deswegen bin ich ein bisschen durcheinander. Ich meine nämlich, dass wenn die Position alle war, ich das nur passiert, dass ich das auswerfen musste. Nee, ich muss einfach nur zum Bauch, okay. Ja, da kann man schnell nicht einander von der oder zu viele Spiele spielen. Vielleicht habe ich prinzipiell jedes VR-Spiel, jedes VR-Spiel geholt. Was ist für die Playstation VR 2 jetzt gelieb? Was ist für die Klambe-Spiel? Oh, hi, Mom! Say goodbye to Mombeam. If you love someone, let him go. Ja, eigentlich ist das im Grunde ein Rail-Shooter, ne? Ihr vertransportiert euch halt in die nächste Stelle, die ihr seht, indem ihr da halt hinguckt. Ja, jetzt habe ich den Roboter nicht gekriegt, ne? Scheiße. Wir gehen erstmal zurück. Wir machen die Stage gleich nochmal, um den Roboter auch noch zu holen. Willst du uns einen neuen Perk testen? Homeroom, ist es in Tallahassee, um deinen neuen Perk zu probieren? Okay, ja, Perks gibt es nämlich auch. Pound for pound, more valuable than Gold in Zombieland. I'll trade you for gun upgrades. Each gun has a bunch of stars. Pay for them one... Ah, komm, das kann man überspringen, indem man Kreis drückt. Das meiste Gequatsche. So, hier, Perks haben wir nämlich auch. Da habe ich ja jetzt im Moment ausgerüstet, hier, im Beginn, das Perk to help aim and reloading. It also limits your adrenaline, making you slower, over all. Sondern hier, Homer hits, give no penalty. When you use this Perk, imagine the possibilities. Oh, nicht schlecht. Hier kriegen wir mehr Toilettenpapier, wenn wir das auswählen. Komm, hier, das und dann machen wir den Level nochmal. Das ist wirklich, für den Level ist das gut. Da gucke ich eigentlich immer wieder die Pistole rein. Habe ich doch eh schon. Ach, 50 TP brauche ich, um das noch weiterzumachen. Uiuiui. Hm, was passiert? Und dann habe ich Critical Damage und ich habe mehr Ammo. Nee. Ich komme nicht so gut klar mit der Shotgun. Ja, dann versuchen wir jetzt nochmal den Level. Aber jetzt können wir auch Home ID. Ich nehme die SMD einfach mal schon mal in die Hand. Ja, ach so, ha. So war das, stimmt. Mehr nach unten. Ja. 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 Was ist das? Was ist das? Seht ihr? Jetzt geht das ganze viel besser. Das ist ein Action-Movie? Das wäre dein Poster. Zeitmäßig dürften wir schlechter sein, weil ich nicht so viele Slowdowns hatte. Ja, zwei Sekunden schlechter, aber jetzt haben wir endlich alles. Wir haben auch den Roboter gekriegt. Wo stehe ich? 687. Ah, Advanced Levels sind freigeschaltet. Und neue Möbel. Ah, nee, da. Achievements einfach. Okay. Okay. Achievements. Big Smiles. Complete in a Card Mode run with a Big Head Mode perken. Okay. Ah. Herausforderung. Und ja. Okay. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass man immer dahin geht, wo man hinkommt. Und nicht, wo man den Kopf hin bewegt. Damage höher, Critical Damage höher und mehr Ammo. Ja, machen wir mal. Ich bin ein SMG-Fan. Absolut. Da war ein Ausrufezeichen. Oh. Okay, Damage ist höher, Critical Damage ist gleich. MEG ist genauso groß. Ja, dann nehmen wir die. Ah, nee. Da habe ich aber kein Laservisier. Nichts. Everyone lies with a Double Tap. Like usual, it does good damage with a minimal recoil. Upgrade it to MEG's and keep it under your pillow. Nee, also die Pistole nehmen wir erst, wenn wir die komplett aufgelevelt haben, würde ich sagen. Oh, Moment. Ich möchte nochmal zurück. Weil ich möchte lieber, dass wir mehr TP kriegen. Ach nee, Moment. Ah. Nee, gut. Wir können die Waffe ruhig nehmen, weil wir haben ja diesen Perk drin, damit wir das Laservisier haben. Nee, dann passt's. So, wir machen aber Luki erstmal zu Ende. Junkyard. Haben wir doch nicht. Survive. Okay. 75 Toilettenpapier. Eine Minute 16 drunter bleiben. Versuche was. Junkyard Run. Es ist ein Rite of Passage. Es ist ein Rite. Es ist ein Rite. Das ist ein Rite. Es ist ein Rite. Das ist so schnell, er hat sich nicht gewöhnt, dass er seine Scheine hat. A total bullet sponge. easy krall super das geht jetzt übrigens glaube ich auch für die quest 2 das scheint nicht genug toilettenpapier gekriegt dann müssen wir noch mal einen anderen perk was ist amos take extra magazines for any special weapon you're using in your plan auch gut brauche ich aber jetzt noch nicht so gibt es hier schon okay sorry ich bin so sorry alles gut ne auch zum nächsten zwei achso get the gold disk achso ach stimmt wir mussten get the heat aber was ist denn get the heat das ist wahrscheinlich dass wir dann jedes fass anschießt komm wir versuchen es nochmal wir müssen wahrscheinlich jedes fass anballern das wird Sinn machen so far so good yes also gut 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 Die Maschinen Aber hier, wo man besser ist. Mein Gott. Auf jeden Fall sind wir wohl der Zeit sehr besser. Das ist doch unglaublich. Nein, wir sind sogar schlechter. Aber wir haben Get the Heat. Get the Hat. Ach, warum lese ich hier die ganze Zeit? Hat, äh, Heat. Ja, wir sind... Ist egal. Wir haben jetzt den Hut. Achso, Moment. Ja, obwohl wir können hier auch noch zum Loadout gehen. Kann ich verbessern? Okay, kann ich denn das auch verbessern? Oh ja, da kriegen wir nochmal mehr Munition. Ja, da mache ich natürlich die. Natürlich kommt dann die SMG zuerst, bevor ich die Pistole mache. So, get the Gold Disc. Und ein Sechsfach. Ein Sechsfach-Combo. Okay. Und ein Sechsfach-Combo. Heads up, Pharoah in turn. Ravenous Bastards. Das ist das schon. Ja, da ist die... Das ist ein Sechsfach-Combo. Ich habe mich nicht raus gekauft. Es waren zu viele Zombies im Vordergrund. Ich hab' nicht mitgekriegt, dass die von hinten angerannt kamen. Scheiße. Hab' ich nicht mitbekommen. Wird hier irgendwo ein Goldskrump? Ich hab' nicht mitbekommen. Ich hab' nicht mitbekommen. Ich hab' nicht mitbekommen. Ja, da kann ich echt full sein. Dass ich die SMP auch gut aus hab. Ich hab' nicht mitbekommen. Ich hab' nicht mitbekommen. Ich hab' nicht mitbekommen. Woah. Crunch time. Ja, also, die Bestzeit kriegen wir immer. Wo war die Golddisk? Ich hab' irgendwo eine goldene Disc gesehen. Alles andere aber geschafft. Easy. 215. Ich hab' keine Golddisk gesehen. Wenn ihr irgendwo eine Golddisk gesehen habt, schreibt's doch in die Kommentare. Oh, ich kann einen zweiten Perk jetzt ausrüsten. Sehr geil. Also, wir lassen auf jeden Fall Laser. Und ich würd' sagen, wir machen das mit den... Entweder, dass wir mehr TP kriegen, oder mit dem Extra Magazin. Wir machen mehr TP. Extra Magazin wird, glaub' ich, erst später wichtig. Achso, der ist schon auf Max-Level. Ja, und dafür fehlt mir TP. Okay. Okay. Ich glaube, das mit dem Extra Magazin wird er später, äh, kritisch. Visit Miami. Get the bubbly. Get the bubbly. Unter 1,46 und 6. Kriegen wir ihn. Time to kill your Zombie X. So cathartic, right? My Zombie X. Screamers call for help. But if you shoot them, right? You can shut them up and end the madness. Oh, fuck. Da hab ich nicht drauf geachtet, dass eine Dose an die Dose kommt. Das hab ich ja rausgeguckt. War das ein Dildo, den du gebraucht hast, hab ich das richtig gesehen. Ich krieg keinen Sechstatt-Vorpommern zusammen. Gibt's ja nicht. Ich hab keinen Sechstatt-Kombo hingekriegt, wenn ich das richtig mitgekriegt hab. Kein Sechstatt-Kombo ist scheiße. Oh, und die Zeit haben wir auch nicht geschafft, oder? Doch. Ah, der Sechstatt-Kombo fehlt, scheiße. Wir gehen erstmal zurück. Wir können nämlich unsere Pistole aufwerten. Oh. Experten-Level freigeschaltet. Und eine neue Shotgun. Und einen neuen Perk. Das Perk, das ist was, making it more accurate. Oh. Gut, das nehmen wir als zweiten Perk, statt mehr Toilettenpapier. So, und hier könnten wir jetzt... Ich bin kein Fan von den Shotguns. Ganz ehrlich. Damage ist auch viel niedriger. Goat 4. Und hier habe ich Damage 10. Wäre ich auch behindert, wenn ich das hindere. Jetzt machen wir erstmal hier die Waffe stärker. So, und wir müssen jetzt... Also, wir machen das jetzt natürlich nochmal. Den Level. Und gucken, dass wir wenigstens den Sechsfach-Kombo jetzt hinkriegen. Also, get the bubbly. Ich weiß nicht, was the bubbly ist. Keine Ahnung. Ich kann zwar gut Englisch, aber bubbly. Meinen die... Boubier. Den Sänger. Boublier. Boublier. Motherfuckin' yeah, Tombo! Where in the Sam Hill did you learn to speak English? Where did you learn to speak English? Ah, touche. That's French. Ach, hier hast du... Da kannst du aufkommen. Okay. Three. Ace in the hole. So, fool's mistake. Let's go. Let's go. Let's go. Look at you, getting all fancy with fatalities. Oh, come on. New PB. Good for you. You should be proud. Wir haben trotzdem wieder keine Sechsfach-Kombo gekriegt, ne? Die Zeit war besser. Aber Sechsfach-Kombo fehlt immer noch. Wenigstens A-Rang. Naja. Oh, da fehlt mir genau ein Punkt. Da fehlt mir genau ein Punkt, um die Pistole weiter runterzumachen, ne? Ach nee, elf. Elf Punkte. Okay. Ja gut, man kann hier alles haben, ne? Dann schließt man den Advanced-Level noch mal an. Kirk. Gunnoth kriegen wir. Gätsel. Chickpeas. 1,14. 17er-Kombo. 17er-Kombo. Ernsthaft? Da brauche ich schon ein Scharfschützengewehr. Um 17er-Kombo. Ich habe 17er-Kombo. Ich bin so von dir. 20er-Kombo- Der Mann ist ein Fan für. Er muss einen attendance in den StLER, aber auch hierнемen. Späele es! Wie schütze ich? De-lifing your zombie best friend is like the proiest good bro thing you could do. Oh, hi Trent. Bye Trent. Wow, I'm coming here again, I'm going to do it again. Wow, I'm coming here again. I'm going to do it again. Damn it. Alter, ich hab doch auf die geschossen. Die war doch schon längst tot. Wir gehen eben zurück. Ah ne, scheiße, das war nur plus 10. Reicht nicht. Ne, jetzt fehlt mir genau ein Punkt. Scheiße. Genau ein Punkt. Tja. Aber das Game macht Spaß. Muss man sagen. Weil ich dachte ja zuerst, als ich gesehen hab, das ist so, Mensch, super mäßig, dass ihr das nicht herausfordernd genutzt wäre. Aber das ist so, Mensch, super mäßig. Aber das ist so, Mensch, super mäßig. Da ist mir mittlerweile das Double Tap auch egal, ne? Hauptsache, ich schaff die Stage. Puls Racing. Okay. Ja, guck mal an mich. Was ist Chickpea? Chickpeas. Ich hab keine Ahnung. Das ist plus 205. So, jetzt können wir die Pistole aufwerten. Ja, okay. Das ist der neue Perk. Take any pair of guns you want into any course. Beat each level without using a handgun. Oh. Okay. Ist für mich jetzt gerade nicht so interessant. Aber später, ne, um alle Level nochmal neu zu spielen. Und das nur mit Primärwachen, ohne Pistole. Könnte geil werden. Zack. Oh, 400. Ja, jetzt haben wir quasi die Hälfte vom Game. Also ich muss sagen, ich finde, das Spiel macht richtig Bock. Macht richtig Bock. Und wie gesagt, also ich meine, ich weiß nicht, ob es das für auf Steam VR, also PC VR gibt oder auf Oculus Quest, ich weiß es nicht. Meta Quest heißt es ja jetzt. Aber ich konnte es, ich hab's vorher nicht gespielt. Ich hab's mir für die Playstation VR 2 geholt, weil ich mir gedacht hab, okay, komm, um das richtig testen zu können, musst du dir eigentlich alles mal gönnen. Und ich hab mir ja eigentlich wirklich fast jedes Spiel geholt, wie schon erwähnt. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich bäsche viel gegen die Playstation 5. Ich sage oft Playstation 5, äh, toll, keine Exklusivspiele, die stoppt bei mir nur ein, meine Xbox Series X, da spiel ich jeden Tag dran. Ich würde sagen, ja, aber die hier ändert gerade alles, weil die Bildqualität ist top. Also die hält mit meiner Vive Pro 2 definitiv mit. Also das würde ich sagen, auf demselben Level mindestens. Man sieht kein Pixel, also kein Fliegengitter, nix. Es ist komplett weg. Gut, das kenne ich aber auch schon von der Vive Pro 2, ne, also da, das ist jetzt nicht sehr überraschend, dass es sowas gibt, aber dass sowas mit der Playstation 5 möglich ist und mit der Playstation VR 2, das ist sehr Hammer. Ähm, funktioniert super auch dieses Inside-Out-Tracking, das funktioniert auch super. Aber also der Affinity Controller, egal wo die sind, auch hinter meinem Kopf, komischerweise. Das finde ich sehr seltsam, weil die Kameras erfassen die ja dann gar nicht. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, dieses Tracking, was ich bei der HTC Vive Pro 2 habe, Outside-In, also das mit den Lighthouses in den Ecken, das wäre das Beste, aber, das ist wahrscheinlich auch das Beste, aber ich kann hier absolut keinen Nachteil empfinden jetzt gerade. Ja, einzige Manko, wie gesagt, die Lautsprecher, das stört mich, dass ich hier selber Kopfhörer mir drauf machen musste oder diese Earplugs benutzen müsste und halt die Controller, da kann man bestimmt noch was machen, dass man da so einen Strap hat, den man hier so drüber macht, damit das fest an der Hand ist, wie die Index Knuckles, das wäre gut. Das kann man bestimmt irgendwie bewerkstelligen, ansonsten kann ich nicht meckern. Die Controller liegen auch gut in der Hand, kann man nichts sagen. Doch, einen Minuspunkt gibt es da noch und zwar hier den R1-Button, der hier drin ist in der Hand, den man bedrückt halten muss bei manchen Spielen, um die Waffe zu halten, wie zum Beispiel, ne, bei K-Block war es nicht, aber hier jetzt zum Beispiel, wenn ich die SMG genommen habe und ich wollte die halten, musste ich diesen Button hier drin bedrückt halten und ja, das ist bei der Index Knuckles ist das auch anders, das heißt ja der ganze Griff berührungsempfindlich, dann greift man einfach zu und dann hat man das Ding in der Hand. Das ist hier, da muss man den Knopf gedrückt halten, das führt ein bisschen zu Zeigefingerkrämpfen nach einer Zeit. Aber das kann man bei manchen Spielen einstellen, ich weiß nicht, ob man es hier einstellen kann, ich hatte nicht geguckt, ja, wie komme ich denn hier ins Menü? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, bei Pavlov war das von Anfang an so, dass man nur einmal drückt und dann hält man was fest und man muss es wieder drücken, um es loszulassen, also das ist schon ganz cool. Ja, ansonsten, Leute, ich mache euch mal Links hier drunter, ne, wenn ihr irgendwas hier von kaufen wollt oder so, um mich zu unterstützen, vergesst auch nicht, dass ein Abo nichts kostet und mich unterstützt, genauso wie ein Like und schreibt in die Kommentare, was ihr von der Playstation VR 2 haltet. Bis dahin wünsche ich euch doch einen wunderschönen guten Morgen, wo ihr mit der Konami-Spielse auch immer bei euch sein mag, stay tuned, euer GameBlamer, ciao! Das war's mal wieder mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann, außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram und das ist alles kostenlos.